Hey Leute, mal wieder eine neue Fußballschuhe für euch und zwar Nike Magista im Green Black Design. Mit dem Nike Magista Opus kommen die Fußballschuhe nochmals in einem neuen Look, zusammengesetzt aus den Farben Schwarz und einem dunklen Green. Es kommt dabei so ein bisschen ein Camouflage-Look auf, den man vom Militär kennt und abgesetzt ist das Ganze mit Nike Swoosh im deutlichen Rot-Orange, wirklich ein Highlight im Bereich der Fußballschuhe nochmal. Die Magista Opus kommen wie gewohnt aus Kangalight Mesh-Material. Das Material kennen wir bereits, das ist ein sehr weiches Material und es ist das gleiche Material wie bei den Fußballschuhen zuvor. Mein Highlight ist dabei meiner Meinung nach die Schnürung und zwar hat die Schnürung auch so einen leichten Camouflage-Effekt, der die Schuhe wirklich nochmal hervorhebt und etwas Besonderes dabei bietet. Im unteren Bereich bekommt ihr wie immer die Nockensohle FG, das heißt Firmgroundsohle mit runden Nocken, hoher Laufkomfort und die Schuhe sind weiterhin für Spielmacher gedacht. Meine Frage natürlich an euch, wie gefällt euch der neue Look beim Magista Opus? In der Liga wird er ja nicht zu sehen sein, es ist eine Sonderfarbe, die eher selten ist und daher einfach die Frage an euch, wie findet ihr den Look der Schuhe? Also setzt ihr vielleicht auf den Magista Opus, lasst es uns über die Comments wissen.